Das Besondere dieser Brikettfabrik ist, dass sie ein national bedeutsames Industriedenkmal ist, in dem ein hochmodernes Museum integriert ist. Das klingt logisch, ist aber sehr, sehr schwer, weil national bedeutsames Industriedenkmal heißt, dass wir auf einer Liste bedeutsamer Industriedenkmale bzw. auf einer Liste bedeutsamer Baudenkmäler stehen. Es ist also gleich wertvoll wie das Nationaltheater in Weimar oder eben auch die Anlagen von Sankt Sussi. Und mittendrin ein Denkmal zur Braunkohle, die Brikettfabrik in Knappenroden.